Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von K.O. Se Känguru. Wir sind jetzt bei den Kristallkavernen. Ähm, haben wir hier jetzt alles? 2-2. Da habe ich ja auch im letzten Part, hab das ja noch gesehen, äh, die Diamanten geholt. Okay, äh, 4 Runen, das K.O., 13 Diamanten. Und eine Schriftrolle näher, denn auf geht's. Uh, die Kristallkavern. Da muss ich bestimmt auch wieder so irgendwie fahren oder so. Oder vor irgendwas weglaufen. Aber genau umgucke. So, this is where they actually make the Crystals. Oh, you really are quite the team. Oh, be quiet, you treacherous, uh, traitor. Oh, you flatter me. And what exactly did I do to deserve such a wonderful compliment? Don't play stupid. You told Kaya how attached you feel to the eternal world. If so, why are you even bothering to help me, huh? Well, you certainly take pleasure in asking difficult questions. A great answer. That's sure worth the other traitor. Seid ihr jetzt fertig mitreden? Können wir jetzt weitermachen. Immer schön umgucken. Ah, haha, daran gucken. Nicht, dass wir die Münzen bräuchten, aber wir wissen ja nicht, wo was versteckt ist. Ja, noch mehr. Wir haben es ja auch alle mit einem Eimer, ne? So, der ist schon mal kaputt. I love it. Ich brauche nochmal so einen Heizkrieg. Was ist jetzt mit dem Falschen? Auch nicht, doch. Ich würde ganz gern da rein. Na schön, dann gehen wir erst mal hier lang. Mit Windaufladung kannst du auch Bummerangst zu dir lenken. Ich habe keine Windaufladung. Die sind gerade ein bisschen rar gesät hier. Tatsächlich. Och, nicht doch. Wow, das war das 10. Das war irgendwie nicht so das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich geboxen. Ja, 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 hier. Achso, ich dachte, ich könnte... Greifen wir noch immer. Ich dachte, da oben wäre ein Kristall oder sowas. Na, greif doch! Hat er keinen Bock drauf. Ja, ja, ja. Ja, ich muss da nochmal. Der nimmt einfach nicht. Komm her. Komm her. Komm her. Das war jetzt eine echt knappe Kiste. Oh, ist das scharf, was hat... Tschüss, tschüss. Geh weg! Hier habe ich einmal Wind. Ich bräuchte aber sowas wie Eis oder Feuer. Fast schon eher, ne? Hier ist Eis. Hier noch Feuer. Irgendwas ist aufgegangen, ich habe aber bis jetzt noch nicht einen Diamanten gefunden. Ich habe die Befürchtung, das wird das auch wieder so übelst krasses, langes Level. Hier schon mal eine Rune. Ich versuche auch überall zu gucken. Geh weg. Geh weg. Da oben und jetzt bin ich wieder hier. Habe ich auf dem Weg Diamanten vergessen? Du bist jetzt erstmal geil. Ich meine, da komme ich ja eh nicht ran. Ja gut. Das heißt, ich fahre halt noch nicht so falsch. Geh weg. Ah, ich habe es mehr oder weniger falsch gemacht wahrscheinlich. Ich hätte wahrscheinlich nicht da so rüber springen können. Sondern da hoch, da rüber, hier lang. Geh weg. Aber wir haben erst einen Kristall, ne? Es scheint mir wenig. Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig war, aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Okay. Ach, du interessierst keinen. Der eine interessiert jetzt auch keinen. Ah, was habe ich denn da gesehen? Wie komme ich denn da hin? Einmal so rum auf jeden Fall. Wie sieht es eher so aus, als könnte ich hier nicht langen? Ich lass mich in Ruhe. Ich lass mich in Ruhe! Sorry, den habe ich gesehen. Moment! Moment. Das habe ich jetzt nur durch Zufall gesehen. Aber wozu brauche ich jetzt Feuer? Ja, vielleicht kommt das noch. Okay. Okay, die nehmen wir mal als erstes mit. Da geht es irgendwie nicht so weiter. Geht es auch nicht so weiter? Da kann ich weiter. Also da muss ich weiter, davon abgesehen, aber... Kann ich da? Schwein gehabt. Den hätte ich jetzt wieder übersehen. War mein Glück. Suche Kobe, also unserem Bubi. Buddy! Hallo aus, ich komme. Komm, ich komme. Hier ist schon die zweite. Waren vier, glaube ich, ne? Ich habe jetzt nicht das Gefühl, irgendwas vergessen zu haben. Aber ich habe irgendwie auch noch kein K oder so gesehen. Aber wir haben erst auch 17%. Abwarten und Tee trinken, würde ich mal sagen. Ja, genau. Wieso bleibst du denn da nicht drauf, Mann? Alter, Verwalter. Oh, was mache ich denn? Ich springe zu dolle. Bleiben wir doch erstmal auf die hier. Ich sehe nix. Ja gut, hier haben wir nochmal... Irgendwas gesehen? Von da bin ich ja gekommen, so. Okay, das ist offen. Ich habe eine Runde gedreht. Sehr gut. Dann können wir jetzt hier lang. Aber dass wir noch kein Buchstaben gefunden haben, oder so. Das finde ich seltsam. Ich habe einfach nicht richtig geguckt. Nein! Ich wollte da gar nicht drauf. Ich wollte mich da oben gucken. Ich wollte mich da oben gucken. Hallo! Ja klar, der kriegt mich auch noch, oder was? Da geht es auf jeden Fall runter. Ich hätte gedacht, da wäre noch was. Nee, da komme ich nicht ran, okay. Komme ich da hin? Nee, da auch nicht. Das heißt, ich muss da schon runter hier. Hier ist ein Brunnen. Ja, okay. Das ist ja jetzt mal ein Brunnen. Brunnen 14. Vier Stück. Erreiche das Ende, um die Belohnung zu bekommen. Ich sehe da nicht, wenn da mal gesprungen werden muss. Was war das denn? Ich probiere jetzt nochmal, weil es so schön war. Ja. 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 Ist mir egal. Ich habe das Ende erreicht. Nehme ich mit. Ach man, ich habe das Gefühl, schon wieder die Hälfte verpasst zu haben. Wahrscheinlich sagt er auch so, boah, du bist schon an das A und das K schon längst vorbei, ey. Ach da, das ist ein Ding. Was sagt denn das Level? 19 Prozent. Ich habe das Kaffee verdimmelt. Na gut. Da ist schon mal eine Rune. Ich habe es irgendwo K gemisst. Aber machen wir erst mal durch und gucken, was am Ende auf uns zukommt. Ich kann ja den nachgucken, wo das K ist. Es stimmt doch was nicht. Hey. Okay. 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 runter auf haben wir jetzt aber nur krieg ich nur richtig was ab der nicht ja auch so schön gewesen wenn der auch noch was abkriegt das ist also kam auf jeden fall gewusst ok eine rune in drei diamanten und den links noch es kam muss ja irgendwo relativ vorne sein ist das das ist ein umgedrehte arfe haben sie hier ach komm jetzt schweißen aber einen die ganzen sachen hinterher das ist ja schon ich habe jetzt alle diamanten die letzte ruhe kriegt wahrscheinlich mit dem boss mit nur noch das hinger es kristos Was ist hier kaputt? Wie machst du die kaputt? Wurscht man nicht Öh! Okay, mir fehlen aber noch Wind oder Sonne? So ein Kram Ja, den wollte ich jetzt nicht Ich glaube, ich mache sie kaputt Ich habe jetzt dreimal Eis Was ist das? Was ist das? Oh nein, wasser. Da bin ich gekocht. Ich muss hier irgendwie... ...boxen. Ich schieb dich jetzt einfach mal da so hin. Nein, 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 falsche Richtung. Das wollte ich nicht. Sollte ich nur mal ganz kurz da hin? Nicht wollte ich bis zum Ende. So, und dahin? Okay. 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 Ich bin da vorne. Irgendwas habe ich gemacht und ein Rätsel gelöst. Vorher gehen wir noch hier ein. Hier war man nämlich noch nicht drin. Ich seh nix. So. Jo. Abgesehen von dem K habe ich alles. Okay, das hat mich jetzt eine halbe Stunde gedauert. Hat ich gebraucht. Ich suche jetzt noch off-square nochmal das K und dann sehen wir uns im nächsten Partier. Okay. Okay. Und eventuell noch eine Sequenz. Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen. Ich schau. Wie bitte einen Hüpfigen. Ich versuche euch mit diesem Tag. Ich habe ihn einzeln. Ich bin da vorne. Ich bin da vorne. Und bin da vorne.